Hallo, mein Name ist Bernd Ulrich Witwer. Ich arbeite im Internationalen Training Center bei der Firma Weidmüller. Heute stelle ich Ihnen die Act 20P Bridge vor. Dieses Gerät wandelt Signale eines Gewichtssensors in ein analoges Standardsignal. In diesem Sensor ist eine Widerstandsmessbrücke eingebaut. Solche Widerstandsmessbrücken werden zum Beispiel in Kränen und auf Bühnen und in Aufzügen zur Gewichtsmessung eingesetzt. Dabei werden kleinste mechanische Verformungen von sogenannten Dehnungsmessstreifen, die man hier als diese weißen Markierungen erkennt, aufgenommen, die in einer Brückenschaltung angeordnet sind. Mit dieser speziellen Schaltung können die kleinen Widerstandsänderungen der Dehnungsmessstreifen zuverlässig gemessen werden. Mit zunehmendem Gewicht nimmt auch die Ausgangsspannung proportional zu. Da die Messbereiche der verschiedenen Sensoren unterschiedlich sind, verfügt der Act 20P über entsprechende Einstellmöglichkeiten. In den Datenblättern dieser Sensoren finden Sie den Wert Brückenempfindlichkeit oder Strain-Go-Bridge-Sensitivity und die Erregerspannung oder Brückenversorgungsspannung. Diese Werte benötigen Sie, um den Act 20P Bridge zu kalibrieren. Des Weiteren kann eine Messbrücke mit 4- oder 6-Leiteranschluss aufgebaut sein. Für diese Einstellung finden Sie unter der Frontklappe mehrere DIP-Schalter. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie man die Act 20P Bridge kalibriert. Dazu schauen wir auf dieses Demo-Board. Hier sehen wir einen leeren Wiegeteller. Wenn der Wiegeteller leer ist, soll auf dem Zeigerinstrument Null angezeigt werden. Ich starte also den Kalibriervorgang durch Drücken der beiden Tasten Up und Down. Den Anzeigewert kann ich jetzt durch Drücken der Up- oder Down-Taste nochmal genauer einstellen. Wir sehen, er steigt jetzt hier. Ich stelle ihn für unseren Beispielsfall wieder zurück auf Null. Der unterste Wert entspricht dem Eigengewicht des Wiegetellers. Es steht also nichts hier drauf. Ich bestätige jetzt mit Enter, dass dieser leere Teller dem Wert Null entspricht. Jetzt kann ich als nächstes den Maximalwert des Messbereiches einstellen. Die Anzeige ist bereits auf 10 Volt gesprungen. Ich kann hier nochmal genauer nachjustieren, dass auch wirklich der Maximalwert angezeigt wird, wieder über die Up- und Down-Tasten und stelle jetzt das Maximalgewicht auf meinen Wiegeteller. Durch Drücken der Enter-Taste wird auch dieses Gewicht der Anzeige zugeordnet. Anschließend drücke ich noch einmal die Enter-Taste und damit ist die Programmierung abgeschlossen. Die LED wird wieder grün. Eine klassische Anwendung für die Gewichtsmessung ist zum Beispiel die Schüttgutmessung in einem Behälter. Ein Behälter mit einem unbekannten Leergewicht kommt in die Befüllposition und da wir nicht den leeren Behälter messen wollen und wir bereits einen Ausschlag auf unserer Anzeige sehen, nutzen wir die sogenannte Tara-Funktion, um die Skala wieder zurückzusetzen auf Null. Das kann man über einen extern angeschlossenen Kontakt tun oder hier für unser Demo-Board reicht es, die Teer-Taste am Gerät zu drücken. Sie sehen, die Anzeige geht zurück auf Null. Jetzt kann der eigentliche Messvorgang starten und wir messen nur das tatsächliche Füllgewicht des Schüttgutes. Diesen Messwert kann ich jetzt in meinem Prozess weiterverarbeiten. Sollten Sie einmal kein Maximalgewicht zur Verfügung haben für die Kalibrierung, so reicht auch ein beliebiges Referenzgewicht. Sie müssen nur dafür sorgen, dass der Wert auf Ihrer Anzeige dem Wert des Referenzgewichtes entspricht. Wie Sie sehen, ist die Einstellung des Act20P Bridge sehr einfach und ohne zusätzliches Programmierwerkzeug möglich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.